Über 1000 Mal. Herz, Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Putowski. Und hier kommt die neueste Folge. Hallo, liebe Freunde von der Herz, Seele, Ball. Das ist die Ausgabe für Donnerstag. Jetzt ist es Mittwochabend, etwa 21 Uhr. Ich hatte einen langen Tag, beginnend um 6 Uhr beim Sportradio Deutschland. Dann war ich in Wipperfürth bei der Mini-WM der Kinder. Glaubt ihr nicht? Also hier ein ganz kleiner Eindruck. Da habe ich zusammen mit Tobi moderiert. Nur ein ganz kleiner Eindruck. Da war richtig. Was los? Ah, vollkommen egal. Wir nennen das, wir nennen das Commerz Arena. So, Kinder-WM. Alles läuft. Und Deutschland ist auf dem Leben zu gewinnen. So, das war der kleine Eindruck. Pokale gab es natürlich, viele Eltern. Und dann haben die Kiddies Fußball gespielt. Da lagen zwei Plätze nebeneinander. Und wenn der Ball dann auf den Nebenplatz gelaufen ist, haben die Kiddies einfach weitergespielt. Also oder hinter dem Tor. Und das war für mich so der wahre Fußball. Hat eine große Freude mir bereitet, da zuzuschauen und ein bisschen zu kommentieren. Dominik hat es organisiert für die Kindertagesstätten in Wipperfürth. War ein schöner Tag. So, dann beim Sportradio Deutschland. Ich wollte euch hier einladen. Da gibt es neu immer um 8.30 Uhr so ein Sportquiz. Und da suchen wir noch Kandidaten. Wer mitmachen will, schreibt näher. Drei aus fünf. Fünf Fragen. Drei muss man richtig beantworten. Und schon hat man eine Sportradio Kaffeetasse gewonnen. Und die will doch eigentlich jeder haben. Also mal reinhören. Sportradio Deutschland. DHB Plus. Oder natürlich auch online. So, was habe ich mir denn noch aufgeschrieben hier? Ah ja, ich habe noch so ein hübsches Foto gefunden. Sehr witzig. Die Profis. Ich dachte auch gar nicht mehr daran. Es gibt ja noch Nations Cup mit tollen Spielen gegen Italien, gegen England, gegen Ungarn. Aber es war irgendwie bei mir nicht so richtig präsent. Macht auch deutlich, dass die deutsche Fußball-Nationalmannschaft vielleicht nicht den allerhöchsten Stellenwert hat. Aber das Foto hier macht es deutlich. Die Profis müssen zum Nations Cup. Und alle, die dem Amateurfußball frönen, die dürfen nach Mallorca. Schöner, aber entscheidender Unterschied. Bin mal gespannt, wie das so geht. England und Italien und Ungarn. Die Profis sagen, wichtige, prestigeträchtige Spiele. Ich frage mich, ob die Profis da wirklich noch den hundertprozentigen Bock drauf haben. Wir werden es erleben in den nächsten Tagen. So, dann habe ich mir aufgeschrieben. Pavard bekennt sich zum FC Bayern. Auch wichtig. Und sagt auf der anderen Seite, alle Mitspieler wären wahnsinnig traurig, wenn Lewandowski ginge. Heribert Bruchhagen, lange Zeit bei der DFL gewesen, Eintracht Frankfurt, der bezieht ganz klar Stellung und sagt, man muss mal ein Exempel statuieren gegenüber den Beratern und dem Spieler. Und das heißt nichts anderes als, Lewandowski muss den Vertrag erfüllen und sitzt auf der Tribüne. Ach, Heribert, das wird keiner machen. Weil es geht um so viel Geld, dann nehmen sie dann letztlich doch die 35 Millionen von wem auch immer. Ich bleibe dabei, von Barcelona. Und dann darf er ziehen, davon ziehen. Dann, also ich werde immer wieder dazu genötigt, darüber zu berichten, die Herren Kroos und Kaben hatten eigentlich beschlossen, vielleicht doch mal ihre Geschichte da aufzuarbeiten und miteinander zu reden. Aber dann hat Nils Kaben dem Spiegel ein Interview gegeben und hat gesagt, nee, ich bin mir da keinerlei Schuld bewusst. Da hat Toni Kroos überreagiert. Was macht Toni Kroos? Hat den so vorsichtig anberaumten Termin mit Nils Kaben abgesagt. Also, dass die Menschen nicht mal miteinander reden können. Nochmals, es ist eine Banalie, die da passiert ist. Etwas völlig Banales, aber man findet nicht mal da den Frieden. Wie soll man da die großen Dinge dieser Welt befrieden können? Ich bin heute, also am Donnerstagabend, wenn ihr Lust habt, in Maria Laach. Da gibt es ein schönes Kloster und um 20 Uhr gibt es eine Lesung mit Wolfgang Bosbach, 52, ein Jahrgang, zwei Leben. Und ich kann nur einladen, es ist wirklich ein tolles Programm. Wer da in der Nähe wohnt, Kloster Maria Laach. Klingt göttlich, ist auch göttlich. Vorbeischauen. So, das war's. Aufregende Tage. Ich halte euch auf dem Laufenden auch über diese Lesung. Zeige euch, glaube ich, dann auch ein paar Bilder aus Maria Laach, wenn wir da sind. Und erstaunlicherweise um 6 Uhr Sportradio Deutschland. Der Startblock, 8.33 Uhr, Fußballquiz oder Sportquiz. Und wenn ihr mitmachen wollt, schreibt mir ruhig hier eine kurze WhatsApp-Nachricht. Tschüss, bis morgen. Das war's für heute. Und Uli, denk schon jetzt an morgen. Herz, Seele, Ball. Täglich neu.